Willkommen zu Frequent Traveller TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge zum Thema Meilenmittwoch an einem Mittwoch. Themen, die ich für euch vorbereitet hatte und aus aktuellem Anlass auch angepasst habe, ist zum Beispiel, viele Meilenprogramme, aber auch Hotelprogramme sind ja umgeswitcht worden am 1. März. Kontrolliert eure Kontostände. Ganz wichtig. Dann haben wir ein Deals und Deal von Stockholm über Amsterdam nach Hongkong für 729 Euro startend. Premium Economy allerdings und unbundled heißt also ohne Gepäck, ist ein Handgepäcks-only-Tarif. Aber hey, Hongkong ist warm jetzt, also was willst du da mit viel Gepäck? Dann haben wir Booking.com, eine Möglichkeit dort Meilen und Punkte zu haben, nicht nur bei Miles & More. O2, Payback-Partner. Auch dort viele Meilen zu sammeln. Ganz wichtig. Dann haben wir Shangri-La. Golden, was? Your Golden Express to Jade. So heißt die Promotion. Ja, da könnt ihr einen Fast Track benutzen, um dort einen Status zu bekommen. Und wir haben Global Hotel Alliance, die gehen mit Plum Guide eine Partnerschaft ein. Was bedeutet das, wenn ich mit der Pflaume eine Partnerschaft eingehe? Da werden wir drauf eingehen. Habe ich alles genannt? Nein. Hotels und ihre Meilenkauf-Promotions in diesem Monat. Da hatte ich ein Telefongespräch, ein Call mit einem Kollegen, der seine Meilen optimieren wollte. Er ist leider aber darauf reingefallen, dass die Promotion zu Ende war. Damit euch das nicht passiert, habe ich nochmal ein paar Promotions für euch aus der Hotellerie zusammengefasst. Jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen, zu kommentieren und natürlich eine Kanalmitgliedschaft, Schwieriges Wort. Macht einfach eine Kanalmitgliedschaft, dann brauche ich das nicht mehr zu sagen, wenn wir Millionen an Mitgliedern haben. Dann gibt es auch guten Content weiterhin. Danke für eure Liebe und für eure Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Und wir gehen in das erste Thema rein. Und zwar ist das das Thema, dass ihr eure Punktekonten kontrollieren solltet. Also ich persönlich hatte das ja auch irgendwann mal gesagt, dass ihr bei dem Programm, wenn es zu Änderungen kommt und das war jetzt bei FinR Plus zum Beispiel, einen Screenshot macht. Vor der Änderung, nach der Änderung. Aber auch zum Beispiel, wenn das Programm, das Sammeljahr abläuft, auch vorher noch einen Tag vorher einen Screenshot machen, damit ihr alle Fakten habt, weil manchmal läuft so etwas nicht so passend. Und wichtig ist es halt wirklich, da dann wirklich auch alles kontrolliert. Es ist auch natürlich Zeit, dann die Möglichkeit sich anzugucken, was ist an Status passiert. Ich selber habe meinen Horn-Zirkel-Status verloren, bin jetzt Senator zwei Jahre, Gott sei Dank noch, nach der alten Regelung, obwohl es jetzt nur ein Jahr wäre. Da ist im Moment jetzt nichts zu tun, außer nächstes Jahr zu verlängern, wenn ich möchte. Überlege ich mir aber auch noch verschärft, alles andere ist jetzt, was ich jetzt fliege in diesem Jahr, was ein klassisches Totesjahr wäre, geht in die Lifetime-Meilen ein und auf den Lifetime-Senator. Dann meinen Globalisten bei Hyatt, den hatte ich ja lange verlängert. Meinen Hilton-Diamond habe ich über die Kreditkarte. Meinen Lifetime-Titanium bei Bonvoy habe ich auch, aber den pimpe ich ja durch meine Kreditkarte. Da werde ich dieses Jahr mir eine neue Kreditkarte holen, und zwar die Ritz-Carlton-Kreditkarte. Aber das bringt nur was auf der Einnahmenseite in Form von Vouchern, mehr ansonsten nichts. Verloren habe ich dann meinen Diamond-Status bei IHG. Kann man jetzt ehrlicherweise sagen, ist das ein Verlust? Ich persönlich finde, nein. Obwohl das Hotel in Helsinki sich sehr schön von mir verabschiedet hatte, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon Platin war und so weiter. Also da muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, die waren dann nett zu mir. Aber das war eine Hotelgeschichte, war also nicht IHG selber. Dann, was habe ich noch für Status? Ich habe noch einige andere Status, aber AirBaltic VIP zum Beispiel. Dann, was habe ich noch? Also die, die ich benutze. Ich versuche gerade zu überlegen, welche ich benutze. Das waren sie eigentlich, die ich benutze. Also im Prinzip bei Airlines bin ich auch, auch Fener Platinum habe ich noch. Genau. Also Fener Platinum, den werde ich auch wahrscheinlich behalten, auch jetzt mit der Avios-Änderung. Mein Kata Platinum, den lasse ich so ein bisschen hin und her dümpeln. Ich weiß gar nicht, warum der nie weggeht. Der ist einfach da. Ich will mich nicht beschweren. Ich werde aber die Avios dann zu BA und dann zu Finnair oder direkt zu Finnair rüber transferieren. Dann werde ich, den Senator habe ich ja schon gesagt, und den AirBaltic, das wird so das sein, was ich benutze. Dann Sky Team habe ich noch die, von der ITA, den Executive Plus oder wie der da heißt. Und das war es dann bei Fluggesellschaften. Mehr brauche ich dann ehrlicherweise nicht. Dann bei Hotels ist immer noch Hyatt meine präferierte Wahl. Wenn Hyatt nicht geht, nämlich Marriott. Wenn Marriott nicht geht, nämlich Hilton. Die beiden sind für mich austauschbar. Also das heißt, entweder Hilton und Marriott, da habe ich keine emotionale Bindung zu im Moment. Aber zu Hyatt schon. Ja, das war es so. Das, worauf ich mich konzentrieren will, diese dann auch zu behalten und zu verteidigen, wenn sie verteidigt werden müssen. Also es wird ein Jahr sein, wo ich mich dort konzentriere. Ihr könnt ja als Frage des Tages beantworten, ob ihr euren Status kontrolliert und vor allem, ob ihr euren Status auch von den Zusammenfassungen her ändert. Oder ob ihr sagt, ihr möchtet breiter streuen. Ob ihr das über Kreditkarten machen wollt, über amerikanische Kreditkarten. Oder ob ihr das einfach sagt, nee, Status lohnt sich nicht. Und da bin ich auch mal gespannt. Da können wir nämlich gleich auf Booking eingehen, weil Booking gibt da Meilen. Also das heißt, wer nicht oft in Hotels übernachtet, fährt da vielleicht besser. Ja, so ist das. So, jetzt haben wir das nächste Thema Shangri-La. Shangri-La bietet ja hier wieder eine Promotion an. Ich selber, mit Shangri-La habe ich nicht wirklich viel Erfahrung. Ich finde die Hotels ganz lustig. Wir hatten in Abu Dhabi eins und es gibt jetzt eine Fast-Track-Promotion, die heißt Your Golden Express to Shangri-La-Status. Express Your Golden Express to Jade. Man muss sich bis zum 31. Mai 2024 registrieren. Muss dann 10 qualifizierende Nächte haben oder 3000 Tier Points, um den Upgrade in diesen Status zu bekommen. Oder was man dann machen kann, es ist halt immer ein Upgrade expedited. Also das heißt, man kann nur einen Status hochgehen und man kann dann sagen, okay, ich möchte dann auch zum Beispiel auf den Diamond hochgehen. Aber da gibt es dann halt nicht wirklich so eine richtig geile Promotion. Und man muss auch wirklich sagen, Shangri-La ist zwar eine Luxusmarke, aber die haben einen wirklich kleinen Fußabdruck. Und für das, was sie bieten mit dem Status, ist es doch relativ überschaubar. Also ich persönlich finde das jetzt nicht so toll von dem Programm. Und außerhalb von China oder sowas sind die halt wirklich sehr überschaubar mit dem, was sie tun. Und ansonsten wird das da keinen Sinn machen. Aber ich wollte es nochmal sagen, weil ich habe auch drei Kunden bei mir im Concierge, die das haben wollen. Da haben wir auch günstige Nächte in Abu Dhabi gebucht, für einen zumindest. Und ich bin mal gespannt, was da draus wird. Fast Track gibt es ansonsten selten zu Shangri-La. Aber das Einzige, womit man dann den Status schneller kriegen kann, ist halt über Ausgaben, On-the-Property, Restaurantmassagen und so weiter. Aber das muss man für sich selber immer wieder abwägen. Dann haben wir ein Thema Global Hotel Alliance. Ach, da habe ich ja auch einen Status. Ist jetzt mit drei Nächten, die da abwohnen, sondern den Status, den höchsten in Diamond haben. Ist natürlich nicht so prickelig. Oder ist jetzt nichts, wo man sagt, das muss man großartig mitnehmen. Ich selber, ja, GHA, ich fand es toll, als mal Kempinski am Flughafen war in München. Da habe ich es genutzt. Aber jetzt, seitdem das Hilton ist, bin ich eher noch zufrieden, dass es Hilton ist. Also insofern da ganz glücklich. Der Plum Guide und GHA Discovery gehen zusammen. Heißt also, GHA Discover Member bekommen 5% auf das Plum Guide Bookings. und bekommen dann diese Discover Dollar zurück als Elite Qualifying Knights and Brands. Was gibt es noch? Man kann halt da die Meilen halt bekommen und so weiter. Also das heißt, eigentlich nicht viel. Es ist halt so eine Möglichkeit, um da noch was zu machen. Das ist halt so eine Geschichte. Also ich denke mal, dass The Plum Guide, das ist halt so eine Apartment-Geschichte. Das ist halt jetzt, wie alle Hotels das machen. So wie Marriott hat Homes and Villas. Hyatt hat auch Homes and Villas. Heißt dann aber nur Homes and Hideaways. Und damit ist das halt so eine Apartment-Geschichte. Also wer es mag, ich sage es euch nur als Hinweis. Jetzt sagt ihr, ja, ich will Punkte kaufen. Ich bin heiß auf Punktekauf. Ja, und da hatte ich gestern einen Kollegen, der bei Choice Hotels Punkte kaufen wollte und festgestellt hat, Promotion ist beendet am 4. März. Und wir hatten gestern den 5. März. Damit euch das nicht passiert, gehe ich nochmal mit euch die ganzen Optionen durch, wo man kaufen kann und was man kaufen möchte. Das heißt also zum Beispiel, IAG-Offert hat noch bis zum 7. März, also heute und morgen noch, 80% mehr Punkte, die man kaufen kann. Das ist halt eine Option, die man nehmen kann. Ich hatte es ja auch an anderer Stelle erwähnt. Also auch hier warten eher, weil es da schon mal Aktionen gab, die besser sind. Da würde ich jetzt nicht wirklich Gas geben. Man kann jetzt auch auf Hilton noch verweisen. Hilton hat bis zum 12. März mit 100% Bonus. Heißt also, minimal 6.000 Punkte und maximal kann man bei den 100.000 Punkten 160.000 Punkte pro Kalenderjahr kaufen. Heißt also, hier hat man dann natürlich nochmal Vollgas. Eine weitere Promotion, die man sich angucken kann, ist Marriott. Da kann man eine Promotion kaufen. 35% der Punkte, ich hatte das auch schon erwähnt, die haben da bis zum 31. März 2024 eine Aktion. Ist jetzt aber auch nicht so prickelig in ehrlicher Weise. Also da würde ich lieber eine Kreditkarte abschließen und da dann den 85.000 Punkte Voucher mitnehmen und die 100, irgendwas 1000 Punkte, weil da mit der Amex gibt es im Moment richtig geile Offers oder mit der Chase-Karte in den USA. Und wer bei Hyatt ist, der kann bis zum 9. April 20% Rabatt bekommen. Das heißt also, sie bezahlt 20% weniger für die Punkte. Ist aber trotzdem nur mit 55.000 Punkten, was man maximal kaufen kann, jetzt nicht wirklich so prickelig. Da würde ich immer warten, bis man eine Promotion hat, wo es mehr Punkte gibt, weil dann hat man am Ende nicht nur die Sparmöglichkeit über die Thematik beim Kaufen, sondern auch darüber, dass man halt mehr Punkte hat, dass man da nochmal mehr leveragen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Hotel, das kostet 800 Dollar und 800 Dollar 40.000 Punkte. Also das ist weit über 800, plus Steuer und allem Schnickschnack. Und dann Parken wird gewaved und so weiter. Also kann man fast schon sagen, dass das 900 Dollar sind, etwas über, lass uns 900 Dollar sagen, und 40.000 Punkte, das ist dann schon gerade so okay, wo das wieder Spaß macht. Und daran seht ihr, dass man die Punkte kauft, da jetzt nicht so viel Sinn macht am Ende des Tages, weil Punkte kaufen wäre in dem Fall teurer gewesen. Das ist über die Kreditkarte wesentlich günstiger und billiger. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr Punkte kaufen wollt und ob ihr euch auch mal zum Beispiel verkauft habt. Wer bei Hotels nicht viel übernachtet oder nur ab und zu oder auch gar nicht so eine loyale, na wie soll ich das jetzt sagen, so eine loyale Type ist, nennen wir es einfach mal Type, der bucht vielleicht besser bei Booking.com, denn Booking.com gibt ja auch Punkte. Und da wollen wir mal drauf eingehen. Und zwar, ihr könnt ja Lufthansa Miles & More Meilen sammeln beim Booking.com, eine Meile pro Euro. Bei Eurowings gibt es auch eine Meile pro Euro. Bei den Freunden von Payback gibt es sogar nur einen Punkt pro zwei Euro. Aber da gibt es ab und zu mal Voucher. Das heißt also, da kann man dann nochmal bei Booking.com wesentlich bessere Ratios bekommen. Und ihr wisst ja auch, dass es öfters, und deshalb habe ich ja auch die Meilen-Highlights, dort öfters Aktionen gibt, um auch Lufthansa Miles & More Meilen höher zu bekommen. Ansonsten kann man British Airways sechs Avios. Bei Qatar sind es übrigens nur, also sechs Avios pro Pfund. Oder drei Avios pro US-Dollar bei Qatar. Da ist BA fast besser, weil ihr könnt die Meilen ja dann hin und her schieben. Iberia ein Avios, also komplett raus. Also das dann gar nicht machen. Dann Flying Blue zwei Meilen ein Euro. Zwei Meilen auch bei Air France logischerweise, was ja Flying Blue ist. Ich gucke immer auf die Liste. Transavia auch zwei Meilen. Da ist alles richtig. Bei Live Miles sind es dann zwei Meilen pro US-Dollar. Im Moment gibt es aber eine Aktion, wo es vier Meilen pro US-Dollar gibt bis zum 31.03.2024. Also das ihr da vielleicht, wenn ihr das wollt, aber auch jetzt nicht so. Emirates eine Meile einen Euro. Türkisch zwei Meilen einen Euro. Ägien zwei Meilen einen Euro. La Tampas drei Meilen einen Euro. Und natürlich, man kann jetzt sagen, warum soll ich das machen? Und zwar macht man das deshalb, weil man eventuell da wesentlich mehr Punkte bekommt, wenn man eine teure Rate bucht als bei den Fluggesellschaften. Weil ihr bekommt ja 500 Punkte zum Beispiel teilweise für eine Buchung beim Hotel. Sammelt dann aber beim Hotel, genau wie bei Booking.com, auch keine Meilen. Deshalb eventuell auch eine Möglichkeit über Hotels und Cars darüber dann eine Aktion mitzunehmen, weil es mehr Punkte gibt. Aber ich wollte nochmal über Booking.com sprechen, weil ich das auch in einem Call gefragt worden bin, wo es um eine allgemeine Meilenberatung ging in meinem kostenlosen Call. 15 Minuten, ob man auf Booking.com gehen soll. Also wie gesagt, wenn man wirklich nicht sich einer Kette verschreiben will und wenn man wirklich sagt, ich will da so ein bisschen unabhängig bleiben, dann kann man auf Booking.com gehen und sich dann die Meilen da gutschreiben lassen. Aber passt immer auf, dass es keinen Aufpreis gibt. Also es kann auch schon mal passieren bei Booking, dass man mehr Geld zahlen muss, weil man Meilen-Gutschriften haben will. Also immer sehr, sehr schwierig. Als Faustregel ist immer kontrolliert, immer auf der Webseite von dem jeweiligen Hotelprogramm, ob ihr nicht vielleicht mit dem Hotelprogramm mehr Punkte bekommt. Wo es im Moment 10.000 Punkte extra gibt für einen Mobilfunk-Neuvertrag ist bei O2. Und ihr wisst es jetzt selber, was es ist. O2 ist neuer Partner bei Payback. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, ich weiß es nicht, soll ich das sagen? Ich war ja mal bei O2, aber da hießen die noch Viagra Hintergrund gesagt. Die hießen die noch mal, bevor die bei der Telefonica waren. Da könnt ihr ja noch mal unten kommentieren. Ich fand die relativ cool vom Logo her und alles. Aber ich fand die von der Abdeckung her immer relativ doof. Damals hatten sie ja glaube ich sogar noch dieses Ding, dass sie eigene Masten und Telekommasten genutzt haben. Damit war das eigentlich ganz so schlimm. Aber am Ende des Tages ist es ja halt Netzabdeckung. Seitdem ich im Ausland lebe, ich habe immer nur noch einen Vodafone-Vertrag. Aber ihr könnt halt 10.000 Punkte sammeln. Und grundsätzlich gibt es bei O2 555 Payback-Punkte pro Abschluss normalerweise. Und nochmal ein Hinweis für alle, die da vielleicht etwas vergesslich sind. Edeka wird neuer Partner in 2025, weil Rewe rausgeht. Also das noch mal als Hinweis. Dann in 2023 ist ja Yellow, Sinn und Decathlon dazugekommen. Nur das als Hinweis. Also insofern hier für den einen oder anderen, der einen Telefonvertrag sucht. Guckt es euch an. Ich kann euch keine Empfehlung geben, ob das ein guter Vertrag ist, ob es ein schlechter Vertrag ist. Aber wenn ihr einen Vertrag sucht und da vielleicht die Punkte abgreifen wollt, denkt an diese 10.000 Punkte. Jetzt haben wir einen Dealzone-Deal. Und dieser Dealzone-Deal, den wir heute haben, ist ein ganz besonderer. Ich weiß, er ist in der Premium Economy und ich gebe euch das jetzt mal aufs Auge. Da seht ihr, ups, das ist falsch. Ich weiß gar nicht, warum das gekommen ist. Interessant, interessant. Auf jeden Fall, auch lustig. Auf jeden Fall seht ihr schon mal die Strecke von Stockholm nach Amsterdam, nach Hongkong. Das sind 718, 5.773, meine ich sind zusammen 12.981 in der Buchungsklasse Y, was die kurze Strecke angeht, in der Buchungsklasse A, die dann 729 Euro kostet. 60 Tage vorher müsst ihr die Tickets kaufen, wenn ihr fliegen wollt. Maximaler Aufenthalt 6 Tage oder die erste Nacht von Samstag auf Sonntag. Maximumaufenthalt sind 12 Monate. Ein Stopover ist pro Richtung erlaubt, kostet 75 Euro jeweils. Ticket ist nicht refundierbar und Änderungen kosten 250 Euro plus Ticketänderung. Hier seht ihr nochmal die Buchungsklassen, Y, Alpha und so weiter. Und die Punkte, die es gibt bei China Eastern, gibt es 11.582, genau wie bei Aeromexico. Bei China Southland 9.726. Und dann sagen wir einfach 7.000, paar Kaputte, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sind Delta, Check, Europa, Malaysia, Garuda, Middle East, Vietnam, Aeroflot, Aerolinas, Saudi Arabia, China, Korean, Goal. Xiamen gibt nur 6.220, Virgin Atlantic 1.200 und der Eierfranke selber gibt da Null. Aber ihr wisst ja, berechnet anders. Ich hoffe, dass heute, was bei dem Meilenmittwoch dabei war, denkt dran, die Frage des Tages zu beantworten, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, denkt dran, die Glocke anzumachen, denkt dran, ein Like dazulassen. Das ist alles, was nichts kostet, aber Kanalmitgliedschaft, damit unterstützt ihr den Kanal sehr. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wenn ihr Kanalmitglieder ab Business Class seid, würdet ihr es auch einen Tag vorher sehen. Und ich habe eine Nachricht bekommen, der ich mich jetzt widme, deshalb für euch der Abspann. Wo ist er, der Abspann? Hallo Abspann, hier bist du. Also, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.